Schau, da ist das Böse. Du hast das aber erst ins Twitter-Menü eingezogen, du hafte. Nein, hab ich nicht. Du leckst. I'm a love of the godfow. I'm a love of the godfow. I'm a love of the godfow. Jetzt fick mal Frozen hier. Ich bin zu hart in deinen Anus. Ich triff den nixer nicht. Junge leckt's. Digga, du hast nen 16er Pingono, triffst nicht. Ich wollt grad'n Messer wechseln, das kann's doch nicht sein. Ich fühl mich wie ein Siskel. Sag mal, wie viel Zeug ist hier bitte? Ne, es sind nur drei Spalten. Ich hab nix hier zum Gefühl. Jaja, drei Spalten, na. Jaja, nur noch eine schnettige. Komm her! Nimm doch erst ab nächster Runde auf, oder? Ich hab ihr jetzt schon angeschnautert. Ikula ist in la fuffte Froschi. Iku, ist in la fuffte Froschi. Junge, der ist dann vor dir verfickte Scheiße. Da war niemand. Nein, der ist nie in den Automaten gegangen. Hat sich niemals getan wie so'n Bundeswehrman, Alter. Wir können froh sind, dass es hier, wenn sie keine AWP gibt. Gibt's doch Silence AWP. Finde ich voll scheiße, ja. I'm in love with the Coco. Wir müssen das einstellen, also wenn ich, wenn ich innocent bin, dann dürft ihr mich umlegen. Wir müssen das einstellen, also wenn ich innocent bin, dann dürft ihr mich umlegen. Wir müssen das Coco, Junge. Oh ja. Ich hab keine AUG. Ich mein aber das, ich mein aber Coco nat, Junge. Ich mein, Coco nat, Junge. Ich mein, Coco nat, ist doch voll geil. So jetzt. I'm in love with the... Hey, bin innocent, ich bin übrigens wieder da, also nicht umlegen. Chicoja ist in love with the Froschi. I'm in love with the Coco. Ich bin am rumlegen, Alter. Ich. Oh. Froschi legt rum bei Chicoja. Erstmal geleakt, Junge. Mann. Ah ne, stimmt, es war, es war ja schon davor bekannt. Halt's Maul! Luca, hast du grad... Du hast einen roten Bluestack bei mir am, am, auf der Stirn, Alter. Ah, Chicoja. Hi. Hey. Ich bin nur da rüber. I'm in love with the... Ach, Peanuts. Rosen steht da mit seiner Shotgun, wohl angenehm. I'm in love with the Peanuts, Junge. Alter. Hey. Tschüss. Hey, warte, ich wollte keinen Target töten. Alter. I'm in love with the Coco. Alter. Der Froschi ist gerade umgefallen. Lol, wartet mal, Chicoja ist da. I'm in love with the Coco. Und der nächste ist frozen. Ah, die beiden Traitor standen bei Spawn. Ja. Ah. Eine weggefickt, Alter. So, und da ist erstmal die erste weg. Erstmal, ich hab einfach nur Froschi und dann, äh, dann, äh, Chicoja weggefickt. Mit der AWP, Junge. Ich will verarschen. Was hast du mir geschossen? Alter, es ist voll übel, von CSGO auf Garrysmod zu wechseln, Alter. Ja, ja, ich will sonst. Ich liebe Garrysmod einfach so. Bro, es ist alles hundertprozentig, genau, das ist kein Problem, Alter. Sind alle da? Da fehlt doch noch einer, oder? Warum hab ich grad schon Rot und B gedrückt? Na, Super Cloud fehlt noch ein Power Bear, der ist... Schade, dass wir kein MW2 zocken, Alter. Du musst erst noch hochladen. Okay. Warum spielen wir kein MW2? Hm. Ja, da hätt ich jetzt nen Luke. Das ist mir doch scheißegal. Weil's, weil's einfach verfickt nochmal, äh, COD ist. Was sollen wir damit? Deswegen, ja. Geh weg. when? Was. We – geh weg! Wies mir, Mann! Nava! Na, nna, n vida! Amin laute Koko. Entweder ist der schon, Alter! Amin laute Koko, Alter! Amin laute Vitalme! Amin laute Vitalme! Amin, du bist der Scheiß你在uote! Mein Gott, ey, das ist soin Scheiß Roboda-Song! Amino laute Vitalme. delper tua cuz oder akka peckens oder peckens oder eke peckens oder warum war auf das spiel gerade nicht klar ich habe heute mit voll übelst offenen leckstag das kannst du nicht sein warum ich nur warum bei mir leckts auch obwohl mein peckens voll in ordnung ist wenn da vor mir ich ist nicht schon ekel loko ich wollte auch auf voll schießende stelle vor mir und dann ist auch worte verhalten alter hammer du bist das überleben noch nie ich frage mich gerade eher wie langs wie langs denn da bis ihr euch gegenseitig abknallt wie kann man das die events nochmals machen f1 c wenn du gestorben bist c c c c c events mann ja ja von kentern das freut mich mal er stand vor mir ich habe auch frisch geschossen weil ich gesehen habe ja wir die mutter aufgerufen habe ich auch vorgeschossen erscheint er vor mir ich halte schon wahrscheinlich hat zwar gestreut hat die getroffen so wie immer vor dem fall wäre er eh gestorben weil er rot war was glaub ich auch nicht ganz schlimm ja ja ich stelle größte Indie den Skiff hat Janne Jones alter da ist schon jemand verreckt hammergeil lol lol ich weiß nicht ich war da hinten drinnen überprüfen ok wenn du nicht überprüfenst nee wenn du das ist jemand schießt auf mich der da hinten war es ich schieße die fenster hoch kleine nutte alter du klar hast du oh fucking hell du bist jetzt den Bulli-Drain Junge ey ey Luca verp... aua Luca wer war das? wissen sie das? du hast doch geschossen man, bra? Frozen hat gerade Maury getötet Frozen hat gerade Maury getötet oh mein Gott im in den rücken geladen das war ich nicht da kennt hinter mir galt mich instant ab ach ich hab die mit dem exteriore in den rücken geladen all die andere leute standen neben unserer ja ich habe mich auch schon ich hab vor Frozen hat gegeben und wie man das mitbekommt Punkte, wer bin ich? Du bist gay? Und Frozen? Verdammt. Wollte ich euch eigentlich nicht sagen. Ah, Lucario. Hey, beweg dich! Ich würde ihn abschießen. Ja, nee, ich hab grad auszusehen. Ja, du hast auszusehen an der Pimmel. Ja, hab ich auch. Hopp, jetzt hab ich ihn getroffen. Das wollte ich nicht. Ich hab das... Da-da-da-da-da-da-da-da. Die keine Waffe! Da hab ich nur so ne Scheisse für die. Puh! Du hast scheisse, verdammt. Wer ist da? Oh, Leck. Alter! Wir geben einfach die Trautor die Schulter gegen. N-n-n-n-n. das soll ich mal in allen cs und minecraft server schließt also auswahl zumindest hat die mann machen aber auch nicht dass du direkt kannst du dich mehr ramm zuguchen das ist nicht mehr weg also nein kannst du nicht doch kann man doch also doch eigentlich schon muss man mein kraft installiert haben sofort wieder da nein war jemand heimgekommen nach drei tagen ist der urlaub aus froschi wenn schon jemand auf dich schießt könnte vielleicht sagen wo oder wer es ist vielleicht auch keine ahnung ist weiß nicht wer mich aufgeschossen hat oder von wo ich glaube ich sind warum soll ich das wirklich sagen ja also immer da oben schnipps und du redest noch ich rede auch so wenig wenn es mal mit christ ein du redest auch noch sagen ok ok verstehe ich jetzt nicht es ist mir neu das habe ich letztens auch auszusehen herausgefunden wo ich ne ttt vg guckt habe ich geh mal bahnen ich habe keine munition mehr das erfährt von unseren ich habe was kaufen nein scheiße kann ich mal kaufen tschüss mauri ich habe es ist ja egal ernsthaft nein ich lebe noch aber ich habe fast das verfickte wasser gefallen das war die problem ich habe dich abgeschossen du hast ich habe dich abgeschossen du hast die dritte wir haben eine Waffe klickt so ein Ding dran und was ist gerade passiert ich wollte hast du so ein Grappling Hook an die hängen ich weiß ich weiß aber nicht warum weil du mich abgeschaut hast bin wieder da das Gefühl ich hab so das Gefühl dass ein paar Updates irgendwo großartig geworden sind Froschi weggebumst dann kann Maury da ist ob ich das so klar dass ich dir nicht trauen darf als ob man den trauen darf im Weltraum das ist DTT das ist alles die ganze Idee dass man niemandem traut Alter hör mal auf die Runderschießen können wir aufhören mir die Waffen zu klauen Nein Maury schießt die Runde mit der letzte HS Mann Geh weg von mir Geh weg von mir was mach ich denn mach ich mach auch gar nix Junge willst du mich verarschen man ich mach doch nicht mal was sind das weh nö ich will dass du weh gehst naja komm Alter leg mich am Arsch und damit ich weh gehen geht's dir gut Maury Nein ich kann sein Disco dran geschmissen da muss ich weh gehen ich will da wirklich weh geht hast du da etwa eine Bombe gemacht und ich bin mal nicht auf den Sack ja ich hab da eine Bombe gelegt er hat eine Bombe gemacht er hat sich mit seiner Freundin zusammengetan und hat eine Bombe erzeugt er hat sich mit seiner Freundin zusammengetan und hat eine Bombe erzeugt er legt der Gästchen er ist auch wirklich zackig er hat von den Lolo aber wer wohin ist er ính приехiere ja wer ist ein afghaner ich wollte die waffe aufnehmen bin dann explodiert neben ein bahn okay dass du gehört hast du eh gedrückt ich tue gerade voll leid da muss ich mal am anfang dran glauben du tust mir gerade voll leid weil du die ganze zeit dieses scheiß lied wiederholst ja herzlich haben wir wenn du geistig behindert wärst da ne das ist einfach so ein scheiß obermann hol dir einen neuen mal was mit maria heave sag mir bitte ein geiles lied was die anderen das sehe ich jetzt schon mal hallo was tut ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot und so ein hellschuss reindrücken können ne manche nicht warum soll es nicht hier nicht du mir ich hatte gerade bock zu feiern was hier war hast du geschossen weil du traiter bist warum das denn du schießt einfach mal okay er ist down wer hat gerade froschi abgeschossen ich der märz und frozen auch der hier war hinter dir man ich kann nicht der nächste ist kurier aufhören nicht immer am anfang zu killen dauern wir nicht dauernd ich weiter bin zur zeit müssen luca twitter verbot geben und wer ist der kollega mauri nö shikoya ist es bestimmt shikoya schaut gerade oh sorry sorry alter aber ich habe es doch zwar wichsen oder da der kam jetzt oben der kam jetzt da oben ich habe schon gesehen ja gerade warum krieg im headshot reiner los ollie ranger ja ja nicht du ich hoffe das wenig ich gehe die baffe meinte man rennt auch du dringend wunderbar es einfach nicht gerannt man die rennen die ganze zeit und gegensatz zu cisco eben nicht da kannst du nicht schneller rennen weil du ja kein messer hast man vor allem also drei drücken ja hauptwaffe schön aber jetzt hast du vorher der haut gerade unten in der ecke und weißt dass ich n sobald er irgendwo hingeht raus sniper halt sich jetzt ernsthaft grad es ist total ablenkung du kannst du durch die wand schießen damit holy shit das wusste ich gar nicht erstmal kann durch die wand schießen dann ist er doch gar nicht so dann ist er doch gar nicht so dann nicht mit der ollie ja ich will ich wollte aber noch mal probieren ob das nur mit der weg und funktioniert schieß doch schieß doch durch die wand du affe das geht nicht das geht sonst packts ja noch das geht wirklich das geht du kannst wirklich durch die wand schießen schieß doch mal gegen die wand rechtsklick du musst quietschen dabei ach was nicht wie genau das schießen du musst quietschen rechtsklick ha maori bitte steh rum einfach nur du musst rechtsklick du affe ne schaste du bist sofort tot maori wie schön das legt nicht wahr ihr könnt sich noch eine silent AWP kaufen ja klar mit warum hast du das nicht gemacht du vollidiot warum hast du dir so einen scheiß ja ja ich Raygun gekauft fett für den Arsch alter bist du so bescheuert alter seltsam aber bei mir haben beide nicht ein einziges mal getroffen und falls du irgendeinen Raygun im Hintergrund hat das ist meine Schwester wie alt ich weiß wie alt die erste Frage ist wie alt zu jung alter bestimmt ja oder zu alt wie alt wie alt 14 14 14 17 Jahre glaube ich gesagt ja ach 17 ach zu jung was hast du verstanden 14 für dich zu jung Junge ich könnte dir noch verraten wie sie heißt aber das macht nicht ne das machst du wirklich nicht ihr Name ist Dieter wer ist du ich war sofort getötet Wutte 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 genau ne mit einer ganz normalen Reifen ich habe aber auch ein ok irgendwie habe ich nicht so gutes Gefühl ich habe bei Frozen kein gutes Gefühl doch ich habe ihn echt nicht wenn das sagen sie dann immer als deckung ab leck aber übel du junger wissen verarscht nicht gleich verstehen wir sind zu fünften mit zwei traitern ich frage mich doch wer wohl die traiter sind nicht wahr egal ich habe schon zwei headshots gedrückt mit zwei schützen jetzt mache ich noch einen dritten also bei mir licks mega halte junge beim jetzt voll umgelebt ist der letzte also richtig frustrierend ich habe kein geld schon doch ich glaube er hat er hat mich um das heißt er betet nein ich habe keine zahlen so wp wer mich angetüttet mauri war ja traiter ich habe dich nicht getötet ohne witz warum tötet einfach wenn man in die schweiß drauf so lecker aus stand und gibt ja alle gecadet hat was gemacht ja schön nach hause random kills gemacht man nix gute lütschhaft mann manchen schädling und die leichte kann er hat nicht mal 1000 prozent kamer ja auch noch mal das kam du machst weniger schaden und wenn du unter fünf hundert hast du bist du vom server gekickt Ja, auf 500 runter zu kommen ist schwierig. Nicht unbedingt. Ich hab's schon geschafft. Du musst noch auf einen Random King. Oh, fast geschafft. Drei Rüsten durchgehen, Random King, glaub ich. Ich könnte dich jetzt töten, Junge. Talent accepted. Pfff. Upa, ich wollt nicht... Flo? Ich bin so unfähig. Immer wenn ich sage, boom, oder sowas ähnliches, dann schieß ich aus Versehen. Hast du mir grad was gekauft? Oh! Nein! Auf mich wurde grad von hinten schon wieder geschossen. Alter! Okay, war frozen wahrscheinlich. Genau. Mal das Fenster aufgemacht, man weiß ja nicht. Oh, f*** dich, Junge. Hast du grad auf den scheiß Metallbalken da geschossen? Komm doch! Komm doch! Komm doch! Nicht getroffen, oder? Wie denn? Ich sehe durchs Glas nichts. Bei mir kommt nur noch die Kugel raus. Bei mir kommt nur noch die Kugel raus. Bei mir kommt nur noch die Kugel raus. Kugel raus. Gesundheit. Bei mir ist voll rumgeleckt. Bei mir auch. Mhm. Ey, kannst du nicht irgendwas dazu buchen? Ich weiß nicht, wo's herkommt, Alter. Könnt's doch nicht sagen. Letztens hat's nicht gelackt, ich hab nichts verändert. Jetzt lagts. Dann mach mal einen Neustart, oder sowas. Na, Luca, bist du ein bisschen angepisst? Ja. Ja.